Wir kommen zum ersten Couch-Control-Stream und wir spielen jetzt gleich Mortal Kombat, oder wir versuchen es zumindest. Gut, also, auf geht's. Mega im Deduction. Ja, das hat es keiner verstanden. Du hast ein Schwert. Stimmt, er hat ein Schwert. Ich habe kein 2 Minuten die Date drin, ich hoffe nicht. Aber wir haben dich erst nicht gesehen. So, jetzt können wir aber loslegen hier. Hab ich zurückgedrückt? Natürlich hab ich zurückgedrückt. Sehr gut. Wo ist mein Getränk? Drück mal Ready. Drück mal Reggae, wenn ich es Leuten sagen muss. Reggae. Drück mal auf Reggae. Du musst mal. Ne, warte mal, ich bin der Letzte. Clever. Wir hätten es mal in der Reihenfolge drücken müssen. Ah, ich bin jetzt die 1. Okay, na such dir aus mit wem du spielen willst. Ich möchte nicht allein spielen. Ja, komm. Paul spielt alleine, Paul ist vor der Pro. Aber ich bin jetzt allein. Du meinst, ich kann am besten... Ich bin 2, genau, ich bin allein. Ja, warte, ich komm rüber. Ich kann am besten random Buttons drücken, so. Buttons. Wacken. Nimm jetzt einfach mal irgendeinen. Warte mal, wer war denn so imba? Bei dem konnte ich die... 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 Also, sag dir, wenn ich war imba, also imba. Ich weiß nicht, welchen ich als zweiten nehmen möchte. Probier den hier mal. Du bist die Frau. Ja, du kannst... Du kannst... Ja, du kannst mich halt immer reinholen, ne? Mit der Lenknehm. Ja, und wie geht nochmal die Mega... Ja, genau. Wenn du halt voll aufgeladen hast. Was bin ja ich? Ja, na eben. Ah, warte mal, okay. So, aber wie... Ich konnte hier zum Beispiel so Raketen schießen. Wie war denn das? Ja. Bestimmt Halbkreis. Ja, es war irgendwas mit Halbkreis. Und ich hab die Mega... Oh, voll Raketen geschossen. Aber ich hatte doch hier mit dem den Mega-Trick, wo ich mich immer so teleportiert hab. Ja, genau so. Hahaha. Das ging einfach immer die ganze Zeit so... Oh shit. Umdrehen muss ich mich trotzdem. Ey, warum waren deine da gerade eingefroren? Ich weiß nicht. Ah, das ist jetzt Stefan, stimmt. Ne, ich bin... Ach, das bist du? Vorher war es Stefan. Ja. Oh fuck. Du bist ein Mädel. Ja, du haust mich jetzt auch gerade ziemlich um. Aber du kannst natürlich deinen Inba-Trick rausholen. Ja, aber ich muss erst mal... Ich hab mich ja aus Versehen angewechselt. Nächstes Mal sag ich dir Bescheid. Guck mal, ich hab bald dein Telefon blocken. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich blocken kann. Das ist die rechte Taste. Die obere. Ah, warte mal. Guck mal. Nein! Ich hab's verschossen. Ich hab's verschossen. Du hast es auch voll. Ja. Jetzt. Oh fuck. Ah, auch verschossen. Auch verschossen. Haha, sehr gut. Der Megatrick muss jetzt ausgenutzt werden. Wer hat denn den Megatrick? Du darfst nie wieder Sektor nehmen. Alter, ich kann... Guck mal, ich halte dich auch die ganze Zeit schön in der Luft damit. Ich weiß übrigens nicht, wie man blockt. Äh, linken Kast, äh, rechten Kast. Ja, das drück ich einfach. Schön in der Luft gehalten. Das drück ich jetzt an der rechten Schulter-Taste. Ach ne, ich sag's falsch, ist die linken Schulter-Taste. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin tot, das ist gut. Oh. Jetzt kommt, komm, Finchschirm. Ah ne, das kommt erst in der zweiten Runde, ah? Ja. Vielleicht ist es ihnen so dann tot schrieben. Ach, so. Easy. Easy peasy. Aber jetzt fängt sie an. Jetzt macht sie nicht weiter. Ich hab noch mehr Tasten gekriegt. Nee. Okay. Oh. Er ist voll Platz gekriegt. Wenn ich blocken drück, haut der. Ach so. Du bist der Tekken-Meister. Gibt's Tekken auch für'n PC? Ja doch, diese eine verkorkste Variante gibt's da. Oh, jetzt hab ich's aber grad echt oft hingekriegt. Ich glaub nicht. Oh Mist, Mist. Ah, geil! Schön verschossen grad. Ich muss gar nicht, dass ich schieße. Ich hab irgendwie keinen Spaß daran. Du hast kein Spaß am verlieren. Lass uns das Problem. Lass uns das Problem. Das ist egal, dass wir spielen. Außer Spurs, da bist du der Meister. Naja. Bist du eigentlich immer noch auf Rang 60? Ich hab nur ein einziges Ranked-Match gespielt. Ah, okay. Dann bist du noch gar nicht gerankt. Naja. Schön. Dann natürlich. Oh, jetzt hab ich's grad hingekriegt. Ich hab mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt. Sehr... Verstörend. Ach, der macht das mit dem Einfrieren. Das kommt irgendwie aus seinem... aus seinem Brustkorb. Ja, das ist halt die Advanced-Variante von Sub-Zero. Ah, okay. Fuck, ich kann das irgendwie nicht blocken gerade. Das ist eigentlich nur der normale Crypt gewesen. Oh Mist. Er ist nur schön geblockt. Ja! Jetzt krieg ich's hin! Schönes Knick gebrochen! Nee! Diesmal die Wirbelsäule. Diesmal die Wirbelsäule. Oh. Ich hatte doch mal auch mit der ein paar Blubs mit diesen... Du konntest... Ah, nee. Die hat aber auch gar nicht einen Fächer, oder? Doch, doch, doch. Die hat so einen Fächer. Aber ich weiß nicht, wie ich Fächer bin. Oh, Mist. Warum hab ich jetzt gewechselt? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Keine... Einfach nur die ganze Zeit mit der Lüfte machen wir nicht zurück. Und ich glaub. Ich hoffe mal, da war ein Fächer. Noch ein Fächer. Mist, wie ich gut getimed. Oh, 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 Finishing-Move. Nachlesen, nachlesen, nachlesen. Wie geht der Finisher? Zwei irgendwie links, rechts... Irgendwas. Oder... Oder... Oh Gott. Unten, unten, rechts, links, x. Na, ob ich das hinkriege. Unten, unten, rechts, links, x. Ah, fuck. Unten, unten, rechts, links, x. Ah, fuck. Das war der Finisher. Pupp. Toad. Okay, also, Paul darf kein Deckrohr sein. Ja, aber ihr müsst jetzt sagen, neues Match, weil das ist ja clever, das Spiel. Das weiß, dass man... Ach, oh shit. Jetzt hab ich Rematch geträchtigt. Oh, fuck, dann... Ne, dann müssen wir uns nochmal neu machen. Das können wir, das ist ja kein Problem. Okay, ja, ich kriege... Ja. Das sind übrigens Krabbenchips. Wir waren heute im Alternmarkt. Festliche Krabbenchips. Ja, voll gut. Und ich hab mir nochmal eine neue Dose Kimchi gekauft. Oh, schön. Schön die große. Die ganz große. Also es gab ja auch... Es gibt ja auch die halbe Kiloparte. Ne, ich hab 400 Gramm in so einer Glas... ...bar geholt. Warum... Warum gibt's das eigentlich nicht als, ähm... ...ein Kilo Kimchi? Und dann kannst du's trinken, weil das... Du willst ja das Kimchi wegschmeißen und das Wasser trinken. Das ist wie mit Sauerkoppen. Mit Sauerkoppen sind ja lästig. Wird eigentlich nur das kristische Sauerkoppen. Bist du wieder bei mir? Ja. Mjada und... Vampir. Der Indianer hatte doch diese komische Axt, die immer so unfair war. So. Oh, das ist so ein schönes Lied. Das ist so ein bisschen so... Alfred Yudokus Quack auf Crack. Oh cool. Da sind Menschen gefesselt. Und da kommt... Ja. Und der sitzt auf dem... Das war gar zur Hölle los. Au! Ja, ich war grad... Deswegen hab ich Achtung gesagt. Achso. Du hast doch... Nee, ich mach überhaupt nicht speziell... Oh Gott. Hey. Ah, schön geblockt. Das war einfach zu langsam. Ich hab's nicht aufgeladen. Alter, was zur Hölle? Wie ging denn das? Was hab ich denn jetzt gerade gemacht? Ich hab's Smashing irgendwie rausgefunden. Ja, ich hab... Ich hab rausgefunden, wie ich Smashing muss. Das ist... Das Wichtige. Das ist der Anfang zum Sieg. Das ist der Anfang zum Sieg. Nicht, wenn ich dich davon abhalten kann. Scheiße. Wie kommen wir von denen noch nie hinbekommen? Wir sollen irgendwie mehr als eine Sache haben. Oh fuck. Oh, der hat man verlieren. Der ist tot. Ey, irgendwie mach ich euch grade ziemlich... Oh fuck. Doch nicht. Nicht den Schädel nehmen! Nicht in deinen eigenen Schädel hauen! Nicht dein eigenes Genick brechen! Sehr gut. Wir haben fast einen Charakter tot von zwei. Oh... Fast. Aber nur fast. Nicht mit meinem Schädel-Kick. Oberkörper-Kick. Ja, wir spielen PC. Wir haben nur geile Xbox 360-Controller. Warte mal, warum machen wir jetzt Players-Inact? Wollen wir gar nicht, oder? Ne, das hast du nie gemacht. Ah, das war ich? Bullshit. Ich hab' Angst gemacht. Ich hab' Angst gemacht. Oh. Oh fuck. Sorry. Sorry. Ich hätte aufpassen müssen. Ich hatte nicht mal Krabbenchips abgelenkt. Nein. Ich hatte nicht mal Krabbenchips in der Hand, verdammt. Versuch' nicht irgendwelche Ausreden, dir einzudenken. Einzuden- Was? Einzudenken. Scheiße. 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 Einzudenken. Einzudenken. Nervös in der Luft. Ja, jetzt hast du mich gerade... Oh nein! Nein! Das war meine Mega-Attacke. Das war meine Mega-Attacke. Das war meine Mega-Attacke. Das ist nicht eine Mega-Attacke gewesen, ja. Du springst dir die ganze Zeit dumme Luft rum. Ich glaub, du musst auch mal ein paar von den anderen festdrücken. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie krieg ich's aber auch grad nicht hin. Oh, jetzt hab' ich grad'n Missile aus meinem Dings abgeschossen. Aber jetzt mach' ich grad' wirklich nur hartes Button-Mashing. Oh, jetzt hab' ich den, ähm, den Reptilien-Menschen eingewechselt. Ach, den? Wechsel' ich einge? Ja. Und Krokodile sind auch immer die besten Kämpfer. Oh! Oh, den wollt' ich doch eigentlich wechseln. Der kann den nicht. Oh shit, ich hab' alle gewechselt. Oh fuck! Ey, jetzt bin ich unsichtbar! Was? Oh, nicht mehr. Ah, jetzt hab' ich dich schön in der Ecke... Oh Mist, Headbutt raus. Oh, schön auf den eigenen Schleim gerutscht. Oh Gott, oh Gott. Voll der Bogen, ey. Alter, der hat ein Messer und den Bogen. Aber auch nur manchmal. Ja. Na, du kannst auch, wenn du irgendwie die Schu... Mist, bei denen der eh schon tot war. Voll die Verbeutung. Fuck ey. Ja gut, aber ich mein, der war da eh schon fast am Arsch. Der ist halt bei dem machen müssen. Ja. Hä? Was war das? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich unsichtbar. Ja. Ja. Ah fuck! Oh nee, sorry. Ich hab's nicht gesehen. Aber was ist das für eine sinnlose Spezialattack? Ich leuchte. Sonst kann ich nix machen. Oder war das in der Spiegel-Forms gewesen? Ich hab' gar nicht mit ihm... Ich hab' gar nicht mit ihm... Ich hab' gar nicht mit ihm... Ich hab' gespielt. Du hast von dir jetzt... Richtig, richtig, richtig schlecht. Dann nehm' ich mal Shiva. Der ist super langsam. Ja, das... Ja, das... Das passt ja. Ich kann nicht so schnell denken. Ich brauch' eine, die langsam reagiert. Ja, klar. Komm. Hässlich ist er auch. Ey, das beleidigt mich mal nicht. Die hat vier Arme. Weißt du, was sie damit machen kann? Ja. Darauf wollen wir gar nicht reingehen. Vier Finger oder vier... Oh, Alter. Wirklich vier Arme, Alter. Die hat auch... Die Spezialfähigkeit. Ich hab' vier Finger. Und die... Die hat auch nen... Wollen sie den Hintergrund fliegt? Ich hab' nicht. Aha. Ich glaube, ich hab' einen... Ich hab' schon wieder rausgefunden, wie ich den Mega-Trick mit dem mache. Leckst du mich bitte nicht ein? Ich hab' schmolzen. Ich hab's auch irgendwann hingekriegt. Mann, die ist gar nicht. Oh, jetzt hab' ich aber irgendwie ne Brauchgranate geworfen. Was auch Sinn machen würde bei Smoker. Ah, da. So ging's. So, das werdet ihr jetzt die ganze Zeit sehen. Hahaha. So, zack. Eintönig. Ja. Ich glaub, das ist das Spiel. Du musst so ne Art Taxing geben, dass man Kompos nach Treibungen auswachsen kann. Oder mehr Tasten drücken. Drecks Goalspieler. Was heißt Drecks Goalspieler? Einfach ein kompatisches Spiel. Oh, ja. Unsichtbar ist er natürlich auch noch, wenn er will. Ups. Fuck. Oh oh. Ja. Höhlen das Nasenbein reingeschoben. Was hat sie gerade gemacht? Sie hat gerade ihren Absatz in mein... In mein Auge gehauen. Wenn wir noch abschauen. Aber... Oh Gott. Alter. Scheiße, jetzt habt ihr mich auch... Ja. Schwupp. Der war nämlich auch voll in bei dieser Noob. Noob. Ja, deshalb heißt der ja ein Noob. Der ist für Noobs. Wie wir das von Noobs kennen. Ja. So zum Beispiel. Ja. Jetzt kommt der Sheet. Ja. Machen wir mal einen 2. Ah, Faust. Faust in, in, in Front. Und? Natürlich. Boah. Ey, die hat mir voll aufs Bein gekotzt. Das geht nicht. Da gibt's Rache für. Ja, die andere innerhalb von anderen konnten töten. Was? Das ging ja jetzt automatisch. Oh man, komm, das war zu easy. Schwupp, da hab ich gleich einen aus mir rausge... rausgepresst. Oh fuck, ich bin ja der andere. Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Ah, das macht er auf jeden Fall sehr gerne. Hab ich eine Einigung? Ja. Ich weiß ja nicht, was ich machen kann, außer Kiffen. Ja. Du könntest nicht schlagen. Du füllst immer nur die rote Tasten. Du füllst immer nur die gelbe und blaue. Ah, die ist echt... Also ich find die so beschissen. Du hast deine Superattacke. Mach mal die Superattacke, wenn du ihn anguckst. Nein, du musst auch die richtige Entfernung haben. Ungefähr. Okay. Fuck. Ja, jetzt hast du's. Ja, selber. Ja, guck. Schädel zertrümmert. Wirbelsäule gebrochen. Und? Es ist auch bloß so 30% oder so. Ja, es ist immer 33%. Nee, ich weiß nicht, weil man manchmal auch die Tasten greift. Ganz genau. Aber wir springen, glaub ich, viel zu viel, wenn ich das richtig sehe. Hat meiner grad irgendwie Vibrator eingesetzt? Ja, doch. Der hat einfach nur so kurz langgestanden. So brrrr. Oh Gott. Vibrator-Anschein. Ach, die kann ich überhaupt nicht. Doch, da stellt man sich halt immer so. Ne, aber die kann wirklich nichts. Das ist echt. Ja, aber ich könnte auch den Besten haben, wo du spielst mit dem Kind auf Bobbycar. Was soll ein Kind auf dem Bobbycar helfen können? Ich könnte hier manchmal ein bisschen Überblick rüberfinden. Die Tröte, die nach zwei Jahren kaputt geht. Oh, 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 oh. Ja, toll, dann mach ich mal irgendein Messer. Aber du hast noch relativ viel Energie. Wenn ich dich nicht in der Ecke... Oh, shit. Jetzt bin ich in der Ecke. Nein, oh, shit. Ich hab übrigens grad die Minute gespielt. Das war überzeugt, dass ich... Ach so. Wie früher mit so... Mit dem Bruder so hier in Spielen. Mal mit... Wir haben zu zweit... Ich hab grad die Minute gedrückt. Klappt ja ein bisschen besser als davor. Wir haben zu zweit... Oh, ja, ich hab mit meiner kleinen Schwester zusammen Sonic gespielt. Da gibt's keinen zweiten Spieler. Die hat einen Fluch gespielt, der hinterher fliegt. Schön, dass du deine Klinge kurz verpasst. Oh Gott. Sie, die aussieht wie eine von Ponyfall? Ja. Die eventuell sogar zugucken könnte, weil sie auch meinen Kanal kennt. Aber ich glaub's nicht. So. Wollt ihr die Rache? Ich hab überlegt, ob wir die Teams balancen, aber es geht ja nicht. Doch wir beide können gegen Martin spielen. Ich glaub Martin ist alleine mit dem... Nee. Können wir mal. Ja. Okay, probieren wir's. Wir müssen noch ein bisschen auf den Kühlschrank plündern. Oh. Das sind diese köstlichen Reste, die man sich so reinsteckt. Aber das kann ich nicht auf dem Stream machen. Das ist abartig. Nee. Purem Salz und Blutermachen. Echt, das ist pu... Was denn? Was willst du denn machen? Ach so, warte mal. Ja, Player Options bestimmt. Nee, warte. Hier. So. Also wie wollen wir's machen? Ich bin drei. Genau, ich bin allein. Also ich bin die Eins. Ah, okay, gut. Dann geh ich zu Stefan über die Zwei. Perfekt. Die macht man doch mal greifen und dann irgendwas? Greifen macht man hier. Hier. Ja, genau. Und hier die beiden? Ja, das hier braucht gar nichts. Ja, das ist zum Wechsel des Gegens. Ach so, ja, stimmt. Und das ist halt Schlagen, Schlagen, Treten, Treten. Es hat immer einen Low- und High-Kick und Low-Schlag-High-Schlag. Da musst du aber irgendwie die Schlag-Tasten kombinieren mit irgendwelchen... Ja klar, halt wie bei jedem Kampfspiel, dass du halt irgendwie so einen Halbkreis machst oder sofort zurück, oben, unten. Ach, nur Halbkreis hier oder was? Ja, gar nicht. Aber es ist egal, ob hier oder hier. Ja, ja. Also es ist dasselbe. Okay, das habe ich alles noch nie gemacht. Ja, oder Tasten zusammendrücken oder so. Von dieser übrigen Arm-Schlag. Das ist doch bestimmt ein Endgegner, der ist doch super stark oder so. Was, dieser mit der Maske? Ja. Keine Ahnung. Ich habe ja bloß diesen... Ne, ich meinte diesen Shen Sung, weil der sieht so einfach aus. Weißt du, du weißt, der Endgegner, der ist immer ganz besonders stark, weil der ist nur ein Mensch. Ja. Oder? Weil wenn es so ein Monster ist, was so fünf Meter groß ist, irgendwie Muskeln hat von Stahlfässern, ja, da weißt du, okay, das ist ziemlich schwach, das kann nicht absolut ein Zwischengegner. Ja, so wie der Femi-Entgegner. Ja, genau, so ein Zwischengegner halt. Diese vier Arme, irgendwie könnte er echt haben. Oh, da kommt der Zug. Warum wechselst du denn an der Zeit? Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas cooles verbraten. Oh shit. Aber ich habe ein Brecheis auf dem Rücken. Das heißt, das ist irgendwie Gordon... Das ist was gegen mich, glaube ich. Also zumindest tue ich so, als ich das spiele. Ja, ja. Aber sind... Oh fuck. Das bin ich aber nicht, ne? Ach so. Du kannst dich Martin anfeuern, das geht nicht. Ach so. Du kannst dich Martin anfeuern, das geht nicht. Nix ist passiert. Aber jetzt passiert das. Sehr gut. Ne, du hast es gemacht. Ja, ich hab's gemacht. Jetzt hat er das auch verflasen, weiß ich. Ne, ich war der Erste. Aber soll das? Meins ist auch weg. Ich dachte grad, ich hab... Vermutlich hast du es genau an dem gedrückt, als ich dich hier zugehauen habe. Oh fuck. Oh, jetzt hat er sein Messer gefunden. Oh geil. Meiner ist so wie so ein Dredel oder wie. Oh, ich hab's gemacht. Stopp. Ach, voll das Messer. Alter, ich konnte doch irgend so ein Dredel spucken. Guck mal, jetzt hab ich mich so feuerartig weggemacht. Alter, das ist echt beschissen, was ich grad gemacht hab. Stefan, du bist schon tot? Nein, Stefan hat doch gar nichts gemacht. Oh, sorry, ich hab dich ja noch nie eingewechselt. Hier, spiel auch mal. Hier, stürmen mal. Ja. Das ist es ja mal. Das ist der, äh, gehauen jetzt. Jetzt das Spiel der Dredel. Eine Tasse ist wofür. Nicht passiert mehr. Kann man sich übelst zurücklehnen. Ja, das hat nur noch gesprungen. Ach, du hast ihn gekriegt. Achso, stimmt. Du hast ihn schon entzogen genommen. Ich hab den anderen Spenden. Weißt du, wie diese Feuerattacke gemacht war? War gar nicht da. Also, das ist das Koffing, meine ich. Äh, deine Messer, die ziehen auch immer nur ins Leere ab. Ja, weil ich immer alles nur verlangsamt hinbekomme. Und was ich spiele, um wie viel Näh spielen, das ist... Ja, und wie hast du... Hast du... Was macht er denn jetzt? Hä? Das war ja schwul. Einfach nur den Kopf genommen. Hallo, grüne... Grüne Sapper kommt raus. Ja, toll, aber tot. Gut abgefertigt. Oh, warte mal. Jetzt hat er die Farbe gewechselt. Deswegen verwechsel ich mich immer mal mit dem anderen. Achtung, Paul. Oh, wie ne... Ach, ich spiele. Jetzt spiele ich. Ich versuch's ja immer davor anzukündigen. Es ist auch clever, weil sonst würde ich's nicht mitkriegen. Ich hab ja vorhin auch genannt, du spielst, also ich spiele als Kerl. Nee, du kannst doch nicht springen, wenn man so schon so ne Fogenattacke macht. Fuck. Oh shit, jetzt hat er... Oh! Hat er auch noch im Becken. Ich seh... Ich find's auch... Ich wär das Ziel, der dich totzukriegen und bei Schleppern, äh... der einzig besiegbare ist. Fuck, hab ich... Ich hab grad meine verschossen. Ja, hast du. Weil du angegriffen hast, oder so. Ey, ich wollte dich noch mal... greifen. Einziges, was ich noch mal kann, neben den anderen Schlägen zu bringen. Oh, ja. So. Haben wir... Du bist total beschissen, weil in der Zeit kann ich irgendwie nichts machen. Ja, aber das wechselt nicht. Oh shit. Ah, das war nicht so gut. Fuck. Du hast ja noch übelst viel Energie, ne? Ich guck die ganze Zeit auf der falschen Seite. Ach, ich bin da rechts. Oh, ich hab mich gewundert, wer springt denn da so dämlich rum? Ach, du wirbelst immer so dumm rum. Nein, das ist... Das ist deine Attacke. Nein. Oh, jetzt raffe ich es. Das hat sogar Stefan schon gesteckt. Sogar Stefan. Oh Gott. Du hast aber noch mehr Energie als die beiden kombiniert. Aber als Feuer... Oh Gott, oh Gott. Ey, geil. Wie hast du denn das gemacht? Ja, genau. Dann ist nämlich so ein bisschen... Oh, oh. Das war eine Character-Combo. Das ist, wenn du den anderen reinrufst, um so eine Art Finisher-Move zu machen. Schau mal mal den anderen reinrufen, um den getastet zu kriegen. Das ist für mich sehr problem. Da musst du noch eine andere... ...möglichkeit geben. Schlecht ist das schon nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann es einfach sein, dass Stefan der die Signing Factor ist? Dass der einfach die Spieler runterzieht in einem anderen Teams? Aber wir haben eins gewonnen. Ne, du bist supergut. Streng nicht mehr an. Ich glaube, es hat erstmal irrt gewonnen. Ja, doch. Jetzt hast du ihn in der Ecke. Aber wir haben noch eine Sub... Ne, noch nicht ganz. Noch nicht einsetzen. Wir haben noch eine Mega-Kombo. Fast. Ja, aber du willst eigentlich gegen die anderen einsetzen, ne? Voll strategisch. Mhm, clever. Aber es ist halt noch drei Treffer damit. Oh Gott. Schön gedodged. Niemand ist der Attacke nicht. Ja, aber die macht halt kaum was. Die ist halt ein Witz. Ja, aber das ist das Thema auch nicht. Hab ich das Messer? Mach doch mal diese Feuerattacke von der anderen Seite. Oh, Zeit ist fast schon. Sehr gut. Was, es gibt ein Zeit-Limit? Ja, zack. Komm an. Ah, dann gewinnt er dann das meiste Gesundheit oder was? Du bist gleich noch dran, wenn du mich nicht einwechselst. Lass mich nicht mehr. Meine Güte. Warum sind wir eigentlich auf der linken Seite gestartet? Oh Gott, was war denn das? Das ist nochmals ein Doppelmesser. Oh, das ist ja... Ah, okay. Nippel rausgezogen. Ich glaube, das war die Lunge. Oh, oh. Auch mal gemacht? Ja, schönen Kiefer gebrochen. Schön ganz... Brustkorb. Hashtag. Brechende Körper. Ja. Oha. 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 Jetzt musst du's umdrehen. Oh, schön gedodged. Ey, jetzt kriegst du's raus mit dem Blocken. Geil. Hat man gefunden, wo die Blocken platziert? Na ne, aber das... das war... Stefan... Voll gut. In, ähm... Wie hieß das andere hier? Ähm... Super Street Fighter? Da ist er ja mega gut im Blocken gewesen immer. Stimmt. Aber Blocken sollte man eigentlich auch nicht unterschätzen, aber... Ja, ne, aber das Problem ist halt hier, wenn du... Wenn du zum Beispiel eine Combo blockst, dann braucht's ja Energie. Und du willst hier die Energie für die X-Ray Attacke haben. Hey. Schöner Feuerball. Ne, das ist doch nur wenn du... Ne, wenn du blockst... Oh fuck. Schack, das hättest du mir zu sagen sein. Das war ich nicht so wirklich drauf vorbereitet. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Ja, du drehst dich einfach wieder. Aber verwirrt doch nicht alle durch deinen Drehen! Ja, weil vor allen Dingen... Ich denk dann immer, ich bin's. Weil ich hab normalerweise diesen komischen... Ja, ich bin's auch. Ich möchte jetzt einfach mal verbrennen. Oh... Aha, nicht immer drehen! Oh fuck. So verdammt eigentlich. Aber den Typen mag ich nicht, muss ich sagen. Der ist halt schwach, glaub ich wirklich. Oh Gott. Ja, ja. Schießen mal solche Attacke ins Leere. Besser sagen, ob die Perfektiv schafft. Aber ich komm dann irgendwie auch nicht schnell genug an dich ran. Muss ich sagen. Ja, du müsstest die Zeit aufnutzung und... Oh Gott, wie viel Schreck. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit, jetzt bist du ja echt nochmal eng. Ne. Doch. Ey komm, du hast dich jetzt... Ich bin noch ein Kicker, der mich droht. Ja. Ziemlich genau. Oh, Null Damage. Wie kann man Null Damage machen? Hä? Wie, Null Damage? Das war jetzt eine Spezialattacke. Ich hab Null Damage bei dir gemacht, um dich quasi zu... Ja. Ah, das ist das übelstens japanische Spiel. Um dich zu demütigen, hab ich Null Damage gemacht. Ja. Unten, unten, links, rechts, right Trigger. Unten, unten, links, rechts, right Trigger. Na, hat er wunderbar geklappt. Unten, unten, naja. Zu spät. Ich bin zu langsam für den Dreck. Das... Das haut nicht so richtig hin irgendwie. Du musst Rematch ausdrücken. Auswählen. Aber ich fand es war jetzt schon mehr gebalanced als vorher. Ja. Wer ist die zweitschwächste? Ähm... Hm. Ich hab übrigens nix. Ne, du musst erst warten. Achso, ich muss erst auswählen. Ja. Der andere. Der andere Stefan. Ich nehm mal den hier mit ne Kugel aufm Kopf. So. Ah, den hatten wir vorhin schon, oder? Den hatte einer von euch. Oh, ich will Krokodile. 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 Wollen wir eigentlich auch noch, ähm... Na, wie heißt der Spaß hier? Hm... Glühwein trinken? Ich bin ja nicht Krokodile. Ähm, bist Mumienmensch. Mumienmensch ist voll gut. Ja. Warum dürftest du overpowered frei die Krüger nehmen? Na, weil ich recht nicht. Ja. So schlecht, dass du eben ein Match gewonnen hast. Das ist mein Stream. Ich muss hier gewinnen. Damit's aussehen, so wie ich das Spiel kann. Naja. Also... Hättest du echt... Keine eigenen Kandidaten einladen können. Naja, du hast aber Erfahrung sogar mit Fightern. Mit Tastendrücken. Aber ich meine... Oh fuck. Oh fuck. Ja, klar. Gebrochen. Alter. Warum hat der so schnell so... Ja, weil ich ihn so... So sehr gedreht am Feuer. Hahaha. So sehr. Der ist halt so mega. Weil der hat... Echt, der hat eine super Reichweite. Und kann trotzdem aber häufig schlagen. Und meine Krallen. Fuck, er hat mich absammelt. Ich hab's dann wieder... Ich hab's dann wieder... Also bitte aufhören. Mich äh... Rein. Gut. Ohne Scheiß. Also Freddy Krüger ist super stark. Gut. Dann nimm ich mal hier einen Mukan. Mukan. Mach das mal ran. Mach den... An den Schlag. Bist du gerade auf seinem Kopf gelandet? Sag mal. Gleich. Das sah aus wie so'n Trampolin. Mann. 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 Wir haben... Wir haben das X-Ray-Kraft-Ding. Nicht getroffen werden dabei. Das war lustig. Ja. Na sehr gut, ey. Das Lukan wird, das abkriegt's gar nicht so schlecht. Er ist eh kacke. Oh. Oh. Er hat das aber ordentlich auf die Mütze gekriegt. Trotzdem, wir sind super niedrig schon. Was ist denn die Stimme, ey? Wo ist das eigentlich? Sieht so'n bisschen aus wie New York, aber... Barren Street? Boon Road? Hab ich noch nie gehört. Ah ne, Boonest. Aber es geht zu schnell. Müssen wir auf einer Stelle stehen. Voll. Wir haben Feuerball gemacht, wenn ich's gemacht habe. Weil daran wird's scheitern. Schmeiß' ihn doch mal in die U-Bahn. Das war auch ein ganz guter Schlag. Diese Stage-Final-Dinger hatten wir noch nicht. Ich glaub, bin ich jetzt wieder dran? Nee, noch nicht. Aber der... Hä? Der schreit ja echt wie ein Mädchen. Ja, auf jeden Fall. Der macht die ganze... Den verliert er auch. Na ja, so ein bisschen was kriegt er schon mal ab. Nein! Komm mal... Komm mal schnacken. Was? Achso, ich könnte mal Glocken schnacken. Oh, Glocken schnacken. Warum bringt Glocken nichts? Ja, sorry. Jetzt kommt wieder der Imbar-Charakter. Ich kann nicht mal wechseln. Ich muss das Imbar schnacken. Schleif für euch. Du musst raus aus der verdammten Ecke. Ja, wie? Springen. Ja, geht nicht. Oder einen Fußtrip machen oder sowas. Dann kommt wieder eine Kralle. Boah, Alter. Das ist doch unglaublich, wie der einfach so schnell alle Richtungen abdecken kann. Ja, ran beamen kann er sich auch noch. Paul? Ja, mach doch eine Kombo. Ja. Super. Super eingefaxelt. Ich hab mich extra extra gewartet, ob das auf Paul ist. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Aber du bist doch der rechte, Paul, oder? Ja. Dann hast du doch auch jetzt gleich eine spezielle Attacke. Ah, Faktschalte. Vermeiden. Ja, sehr gut. Hier, Schädel einschlagen. Klar, so ist es. Also, nichts brechen. Ja, ich finde es eigentlich die beste. Das ist auch eine japanische Attacke. Die maximale Demütigung. Du hast dich selbst umgebracht. Und es war nicht mit einem Dolch. Es war kein Harakiri. Du hast dich ja selber umfass was anverwollt. Das ist glaube ich. Ja, stimmt. Wenn ich eine Band gründen würde. Oh, er hat mich weggemacht. Er hat mich weggemacht. Achtung, du bist dran. Ja. Wenn ich ein D-Sports-Team gründen würde, dann würde ich es auch Harakiri nennen. Dann stelle ich wieder voll, wenn ich eine Band gründen würde. Ey. Schöner Block. Schöner Block. Man muss mit einer richtigen Taste glaube ich blau drücken, um so ein Grab zu blocken. Nicht in die Ecke treiben lassen. Dann hast du... Du schaust dich erst mal bis in den Mund, glaube ich. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Nein. Komm. Das kann nicht wahr sein. Du kannst... Du hast einen Finisher. Was mache ich jetzt? Pause drücken. Pause. Pause schnell. Na, die Pause ist egal. Du schaffst es glaube ich eh nicht mehr. Aber guck nach, meine Dinge. Grün. Genau. Runter gehen. Du kannst... Mal die Stage Fatality zu machen. Rechts. Ich mache einfach links, rechts, unten. Das schon. Okay. Links, rechts, unten, x. Na ja, ich weiß nicht. Warum so gesprungen, wenn ich links, rechts, unten drücken würde? Ja. Vermutlich hast du dich irgendwie... Verdrückt. Wie immer mit meinem... Oh, der schmiert sogar Blut aus dem Screen. Du bist dran mit Select und New Final. Ja. Danach sollen wir aber echt mal irgendwie... Ich weiß nicht. Runde Glühwein irgendwie ansetzen. Ja klar. Dann müssen wir ja Pause machen, dann kommt ja keiner zu, oder? Na wieso? Ich meine, das kann ja einer machen und die anderen beiden zocken in der Zeit noch. Der, der am motiviertesten. Ja. Oder wir müssen die Kamera rübertragen und irgendwie dann Glühwein live machen. G-Shock kocht Glühwein. Version 2.0. Warte mal. Wir haben den Swat Guy. Ne, der war nicht so geil, ne? Wir hatten noch nicht den Typen mit dem Razer Blade Hut, ne? Es gibt auch random, glaube ich. Aber ja, mach mal so. Du hast gerade analog gerandelt. Ja. Voll 90er. Wer bin ich denn jetzt? Ich hab dich hingeschaut. Oh, nicht Jolly Cage. Wer bin ich? Ich bin Johnny Cage übrigens. Wirklich leg's mal hin. Ich nehme an, ich bin nicht dran. Ne, bist doch nicht. Wenn ich erstmal nichts bewegt, weiß ich, dass das nicht... Aber wir haben schon wieder gewechselt. Versteht? Instant Wechsel vor allen Dingen war das. Ja. Vor allem wieder ungewollt. Ich dachte, ich weiß, wie du gewechselt hast. Geil, beide gedodged durch Zufall natürlich. Nichts gekonnt. Oh, der ist schon wieder so teleportet. Ja. Klar. Ach, der fliegt so durch die Luft, ich erinnere mich. Der macht immer solche Dinger hier. Scheiße. Oh, fuck. Auf Wechsel. Ich hab mal ausgesinnt. Bei Kleine Hexe. Oh, ich hab dich eingewechselt. Sorry. Ich hab's nicht mitbekommen, war nicht mit Absicht. Wer bin ich denn? Na, du bist der Rechte da. Ich is smoked. Der ist übelst geil. Mach mal links, rechts, rot. 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 Das wird zu kompliziert. Ne, wirklich links, rechts, rot. Einfach nur. Aber wir haben die X-Attacke. Mach die X-Rot-Attacke. Ich wollte da auch den X-Rot machen. Nein, du hast es verwirkt. Naja, weil es sich uns nicht vergemacht hat. Boah. Ey, nicht einfach hinlegen. Wechsel mich wenigstens rein. Ich will keine Chance haben. Oh, ich gebe auf. Es sind zwei Spieler. Ich gebe auf. Ich versuche. Oh Gott. Endlich. Oh Gott. Ich wollte dich einwechseln, aber da war ich schon tot. Komm, mach mal was drin. Komm, ey. Mach doch mal hier was. Oh, das war es zum Beispiel. Also vernünftig. Oh, shit. Oh Gott. Ich habe mich voll reinzieht puttet in deinen Dreck. Nein. Schön verwirkt. Wie kann man das immer so doll verwirken? Wie kann man das nicht so verwirken? Wie kann man das nicht so verwirken? Oh, fuck. Der ist voll gut. Mann. Jetzt hast du mich aber auch schön in der Ecke, ey. Johnny Cage ist super. Das ist, glaube ich, auch der Anfängercharakter. Auch ganz gut, weil wenn man fast nicht vergisst, wie er heilt, steht auf seinem Kopf. Ja. Das ist total clever. Dann weiß ich nur, wer ich bin. Deswegen ist der Anfängercharakter bei dir auf. Ich fliege drauf. Er hat Spieler 1 auf dem Rotten tätowiert. Wie jeder normale Mensch. Warum fliegt da eigentlich ein Helikopter? Und ein Drache durch den Hintergrund in dieser Stadt. Und warum hat eigentlich das Maximal das Match bekommen? Oh, was? Ich bin gerade... Also das war gerade physikalisch sehr unrealistisch. Ich habe mitten in der Luft gedreht und bin einfach in die andere Richtung geflogen. Weil teleportazieren fühlt sich physikalisch identisch ist. Oh, 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 oh. Ey, die hat mich schon wieder hier total ins Geläch getreten. Oh, 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 oh. Und da bist du schon bei beiden. Und noch war Stefan noch nicht eingewechselt. Das heißt, er macht sich noch eher. Warte mal, da könntest du auch noch mit 10 kommen. Das würde gar nichts mehr prüfen. Was? Die hat gar nicht ihre Haare benutzt. Ja, voll gut. Aber entschuldige Sache. Das ist nachher, wenn man ganz viele Tasten gibt, dann kannst du dich noch hier konstruieren lassen. Ja. Handkantenschlag. Äh, Nackenschlag. Und Mütze Kopf ab. Eigentlich verliere ich immer... Oh, fuck. Ich verliere eigentlich immer. Mann. Sehr gut. Ich verliere immer, wenn ich irgendwelche lustigen Kombos mache. So, du bist dran. Ich bin dran, ey. Ach, jetzt ja. Ich weiß ja voll, wer ich bin. Ach so. Als wenn du wüsstest, wen du spielst. Mit drei Charakteren. Ich könnte ihn verwirren, wenn ich auch noch wechsle. Jetzt wechsle, was ich ja vermutlich werde. Und es stimmt. Unerwissen. Oh. Vor allem, warum würde der Drache immer wieder am selben Gebäude vorbeifliegen. Schön verwirkt. Ja, Alter. Der Drache ist ein halbeschissen. Du musst nah dran sein. Toller. Nicht nah dran sein müssen. Einfach alle Tassen drücken und gewinnen. Alle Tassen drücken. Oh. Oh. Das finde ich sehr fast immer besonders laut. Ja, vor allen Dingen, du wechselst es auch immer genau in dem Moment, wo er grad auf dich einschlägt. Das ist sehr unklarer. Ja, er ist tot gewesen. Ja, ich bin... Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Ja, das war jetzt eine bewusste Entscheidung. Ich muss Johnny Cage nämlich platt machen. Ja, aber Johnny Cage ist halt der Klüter. Das wird mir... Wie? Am nächsten Mal wollte ich sagen... Hä, warum? Johnny Cage war doch besser als die Tante, oder? Nee, der hat's falsch gemacht. Echt? Bist du gut? Nee. Ich war einfach... Oh shit. Ich war einfach schon in der Ecke. So wie jetzt? Ah, die konntest du ihm gar nicht echt gut glaubt, oder? Oh shit, das war ein schlechtes Timing. Das ist cool. Komm schon! Oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Shit! Gute Haare! Ja, wenn du mit... Wie heißt die Tante? Ähm, aus dem... Oh nein! Ich hab keine Zeit zu reden. Ich muss scheiße sterben. Oh 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 oh! Der Comeback! Der Comeback! Nein, ja, 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 ja. So warte mal, ich will jetzt mal ne Stage Fatality probieren. Ich hab's noch nie... Ich mein... Wunden... Wunden... Ich hab's noch eigene Künste haben. Echt? Ja. Ich hab's gerade Sterne probiert. Nee, das war keine Stage Fatality. Verdammt! Kriegen wir's noch mal irgendwann hin, ne Fraternity zu schaffen. So, du musst auswählen. Ich muss auswählen? Aber warte mal, einer von uns wollte... Genau, einer von uns wollte ja irgendwie irgendwas vorbereiten, ne? Ey, ich hatte... Du kannst gern... Also ich hatte drei dabei. Ich wollte aber eigentlich nur zwei trinken. Insofern du kannst gern... Wie? Du wolltest nur zwei trinken. Nein, das hast du mir vom Anschauen mitgebracht. Ja, eins dachte ich vielleicht will ja Paul oder Martin. Ja, das... Du musst... Du musst mal weitermachen. Aber wie gesagt, wir können jetzt erstmal auf zwei Spiele zurückstellen. Dann kann einer Alkohol rüllen. Genau. Stell das mal ein. Das ist... Kein Alkohol, das ist alles Wasser, was wir hier trinken. Achso. Warte mal, aber wir müssen WSM2 machen. Oh ja, stimmt. Und ich spiel jetzt die dumme Tante, die nichts kann, dann hast du auch eine Chance. Ich glaub nicht, ey. Doch, doch auf jeden Fall, weil die kann ich überhaupt... Du musst mal vermutlich auf... sonst... Egal. Gut, gut. Ich spiel die dumme Tante. Du kannst ja auch noch... Du kannst es ja auch noch übertreiben und Freddy Krüger spielen. Imba Krüger. Okay, wo ist der? Äh, da unten. Musst du unten in die Reihe rein und dann ganz links. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, ganz vorne ist er. Der mit dem versmokten Gesicht. Genau. Freddy Krüger. Krüger. Er heißt nämlich nicht Krüger. Er heißt Krüger. Mit E. Ja, sonst wäre es ja Brand. Ja, das ist ja Freddy Krüger. Das ist schon mit Absicht Brand. So, die Tante. Die kann doch echt nichts. Eine Sache konnte ich mit ihr machen. Gucken, ob wir es hinkriegen. Ich spring die ganze Zeit. Freddy soll nicht springen. Hehehe. Dann musst du halt auf dem Boden bleiben mit deinen Attacken. Oh, Feuerball. Mega. Wie habe ich das gemacht? Oh. Oh, das war schön. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ich muss einfach nur diesen Fußtritt ständig machen. Bin ich eigentlich auf der Seite gesagt? Ah, okay. Okay. Warst du das jetzt oder was? Das war es jetzt anscheinend. Ah, du hast noch, du hast noch X. Du hast noch eine X-Attacke. Ah, da musst du näher rankommen dafür. Ich wusste gar nicht, dass ich sie gerade gedrückt habe. Ehrlich gesagt. Achso, nein. Das wären du beide Trigger-Glug gleichzeitig drücken. Lass dich mal. Hä? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nichts gedrückt. Ich schwöre es dir. Ich schwöre. Oh. Natürlich. Erstmal Kopf gebrochen. Wirbelsäule gebrochen. Fertig. Ich glaube, ich mache Glühwein und ihr spielt zu zweit. Ja. Also auf Glühwein ist es schon Bock. Naja, dann. Ich schmeche auch gerne am besten rum. Aber vor allen Dingen, diese eine Attacke macht sie halt wirklich, ohne dass ich einen Angriff drücke. Was ist denn nun los? Ja, ist schon tot. Warte mal. Aber jetzt kann ich es noch mal probieren hier. Ich versuche noch mal eine Stage-Fatality. Vier mal unten und X. Komm. Das muss gehen. Vier mal unten und X. Wir müssen hier reingestimmt, um runter zu werden. Scheiße. Es kann doch nicht wahr sein. Können wir diese Fatalities noch mal üben oder so? Das ist sinnvoll. Üben. Natürlich. Man muss ja lernen, wie man es spielen kann. Ja. Lernen fünf Tasten, der richtig klein folgt. Direkt voll angeguckt hat. Warum ist der Controller eigentlich so arm geschluckt? Der steht rechts neben dem Mate-Kasten. Siehst du? Es ist Omas Bester. Das ist Omas Bester. Wen hatten wir heute noch nicht? Sub-Zero hatten wir noch nicht. Dann spiele ich Sub-Zero. Ach so, warte mal. Verdammt. 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 Ich wusste doch nicht, dass du Sub-Zero ausgewählt hast. Niemand hat mir den ganzen Heizungs-Zero. Stimmt. Du wolltest ja... Ah stimmt. Ey, die kann ich jetzt niemals ausmachen. Ne. Wer ist denn links? Ich bin links. Warum haben die auch so echt auf die gleichen Farben gelacht? Naja, dein Blau ist ca. eine Farbstufe dunkler als meine. Ja. Mach mal zur Seite. Ja, also ich bin jetzt links gerade, jetzt bin ich rechts. Jetzt mach ich dich fertig. Als ob ich irgendwie gar keine passen brauche. Warum hab ich auch nicht da verwirrt? Oh, schön, den Bottom-Slike finde ich sehr geil. Oh fuck. Das war gut. Das war ein guter Combo-Breaker. Oh, zweimal hintereinander. Vor allen Dingen macht er auch richtig. Hä? Oh, mach ich ne Kamehameha oder Kamehameha. Was soll das? Wo war der Energieangriff? Ne, eben. Da musst du auch ins Energiestrahl rauskommen. Ich mein Ding. Oh fuck. Ey, du kommst ja echt nochmal zurück mit dem Typen. Okay. Aber wie, das war jetzt aber nur die erste Runde im Aim. Oh Gott. Du meinst, viermal unten, dann X? Du hast ja überhaupt nicht verharrn. Das ist ja super cool. Schön, komm einfach noch mal nicht ran. Oh fuck. Jetzt hat sie Kamehameha aufgeladen. Und es hat's krass da. Oh, was hab ich da gerade rausgerissen? Das war das dein Magen? Ich glaub, das war dein Magen. Das ist dein wichtigster Fall. Oh, direkt der Finisher. Ok, ich probier's nochmal. Meinst du viermal unten, dann X? Ne, es ist ja diesmal was anderes. Rechts, unten, links, Y. Willst du mich fahren? Ah, warte mal, dass ich einfach einmal rumgefahren habe. Ja, das ist einmal rumgefahren, okay, das kriegen wir vielleicht hin. Nein. Nee, hat auch nicht hingeklappt. Mann, aber ich hab's, also da kann man doch wirklich nichts falsch machen. Das ist einmal rumfahren, das muss gehen. Naja, gut, probieren wir's nochmal. Wir können übrigens auch den Chat sehen, das heißt, wenn ihr uns beleidigen wollt, wie schlecht wir sind, dann geht los. Wir sind gewappnet. Es wäre schöner, wenn es mit Live-Einspielung kommen würde. Wie, dass wir den Chat auch auf dem Bildschirm sehen? Nee, dass die Beleidigung gleich kommt. Ach so, ja, stimmt. Das wäre cool, wenn die anderen quasi so den Gegner spielen könnten und quasi dann immer so... Ach, ja, richtig, einfach nur einen Thorn draushauen. Ach nee, jetzt kannst du mich wieder mit der Pistole behaken. Nee, ich weiß nicht, wenn ich halt wüsste, wie's gehen würde, ne? Wie? Irgendwann hab ich irgendwann... Ach stimmt, du hast es dann nicht regelmäßig hingekriegt. Naja, das war schon mal ein First-Hit, das ist übelts hilfreich. Ein First-Hit ist echt wichtig. Ja, ich finde den echt krass wichtig, weil dann hast du so viel schneller die X-Attacke. Die Karte ist zu dunkel. Oh, das war ja ein cooler Breaker. Oh, fuck. Oh, Stefan, du musst aus dem Bild gehen. Oh, fuck, nein, ich bin auch noch in die Reichweite gegangen. Ja, dann kriegt man's halt einfach mal mit der Schlagstoff und der Taschenlampe ab. Oh, Taser ins Gesicht. Auf jeden Fall amerikanischer Kopf, weil der hat gerade einen Schwarzen irgendwie angegriffen. Und ich war nicht mal bewaffnet. Doch, weil du hast deine Metallarme. Ja, guck mal, mein Stück von meinem Gehirn schaut raus. Ja. Ist immer gut ohne Schädelkappe. Ich danke mal bei den Lautsätzen. Ja, das war ein guter Combo-Breaker. Oh, fuck. Ey. Hey. Nein. Oh, das kann nicht wahr sein. Einmal nervöses Spring, sobald man sieht, dass der andere... Oh. Der Spring ist halt gar nicht so schlecht eigentlich, wenn... Diese Combo droht zu kommen, ja. Oh, man. So, jetzt hier. Comeback. Oh, fuck. Scheiße. Ey. Nervöses Spring. Ja, aber nervöses Spring bringt grad ziemlich viel. So, 1-1. Komm. Ja, gut. Aber du bist jetzt eigentlich ein Fucker damit. Ich fasse diese Mega-Sagast. Oh, stimmt. Die le... Oh, die bleibt behalten für mich. Ja, ja. Das ist voll, dass ich mal die nicht geht. Oh, shit. Oh, fuck. Ich hab... Ich hab's auch vor allen Dingen unterbrechen können, aber ich hab's nicht gemacht. Ja, stimmt, ne? Also... Du konntest jetzt maximal raus halten. Ich hab's nicht gemacht. Ah. 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 Oh, komm schon, los. Kack spiel. ich verliere. So würde ich so... Oh fuck, ne. Also meine Hände zu sich vermückt? Oh, oh, oh. In der Lage wären, das wollte ich sagen. In der Lage wären. Ich probiere mal einen normalen Finisher. Vielleicht klappt das jetzt mal. Links, rechts, rechts, links. Oh Gott, das kann ich mir nie merken. Links, rechts, rechts, links. Ups, oh man. Ja, hat wunderbar geklappt. Boom! So, gefallen. Oh geil, mit amerikanischer Flagge. Natürlich. Hilfe. So Stefan, bist du wieder dabei? Mach ruhig vorbei, ich muss gleich vorbei. Du musst noch mal schauen. Ich seh schon, wir müssen wieder Mario-Sonic-Racer spielen oder sowas. Nee, ach, das war schon. Ich meine, es ist halt so ein bisschen einseitig, wenn ich dann spiele, weil es ist ja auch für euch vielleicht... Nee, weil ich weiß nicht, vorhin fand ich's schon... Du willst ja auch nicht irgendwie gegen eine Puppe spielen. gegen Easy-AI spielen. Also, meine Daumen sind dafür einfach nicht füssig genug. Füssig? Ja, weil ich sich bewege sich, wie auch immer. Du willst einfach so ein Flummi sein? Oder so eine Wapphahn von früher? Flusted. Ich hasse dich. Flusted ist so wichtig... Oh Gott. Nein! Mein Ding hat... Ha! Oh... Ich hab mal ne Kombo hin. Ich wollt grad sagen, jetzt hast du's aus. Aber ich hab's dir natürlich verlangt. Kann man so ein kurzes Gedächtnis haben? Du, ich hab auch ne schöne Attacke. Wie mach ich die jetzt wegen mir? Oh fuck. Ja, ich hab auch ne schöne Attacke. Die marschiert jetzt wegen mir. Schön! Schön war so ein Messer durch den Hals und durch den Kopf. Ja. Ja, stimmt. Oh, Messer durch. Ich hab jetzt strategisch gespielt, da hab ich extra die Attacke machen. Damit du dich in die nächste Runde räumst. Dachte ich, weil ich dich jetzt eh töte. War das klug? Nein! Ja, jetzt kann ich sagen, es war klug. Kann nicht wahr sein, ey. Wenn ich's glaub, von gewonnen hätte, wär's halt dumm gewesen. Ja, dann wär's richtig dumm gewesen. Vielleicht auch ein bisschen schwer. Jetzt springen wir auch grade schön nur dumm umeinander rum. Oh Gott. Ja, wie hab ich's aber... Vor allen Dingen, die ist halt auch wirklich nur... Die ist aber wirklich nur... Der Gründer hat gekocht. Ist das schlimm? Ja, das ist schlimm. Da ist nämlich der ganze Alkohol raus. Äh, ich meine der ganze... Fugensaft raus. Ah, ich hab mal ne Combo in die Tür. Fuck. Ist doch egal. Dann siehst du was, ob wir den Gründer aufdrehen würden. Das ist jetzt hier. Das macht halt aber... Das macht halt aber nicht viel Schaden, ne? Ja. Das war komische Feuerball. Ne, das war noch mal vor, dass der Produzierer hinbekommen hat. Ne, ich meine... Das war's von mir. Oh, du bist... Das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du mich doch das erste Mal geschlagen. Ja. Die kriegen ja nicht, da war's erst ganz so schlecht. Ähm... Tja, ne? Also viermal unten und A. Da stehst du keiner hin. Mhm. Das wäre eine Stagefitter, das wäre geil. Ne, du musst weit genug wegstehen. Wenn du den normalen Attacker am Ende triffst, dann funktioniert's nicht. Du darfst nicht direkt fallen. Das ist gar nah und weit wegstehen. Ja, ja, aber mittel immer. Ja. Also nie ganz nah dran. Ja, verdammt weiß. Oh geil, ist schon fertig. Achso, ja, weil es gekocht hat. Natürlich. Ja, ach fuck. Ich hoffe noch nicht so lange, weil ich hab's gerade eigentlich erst angemacht. Ja. Das scheint, geht mega. Volle Gude. Ich bin so schlecht die Herde gewohnt und euer Herd ist zufrieden. Das sind vor allen Dingen sind das auch... Diese Firma produziert generell gute Herdies. Herdies? Aber was hast du gegen unseren Herd? Der ist voll gut. Ne, der ist auch gut. Der war halt nicht so schnell wie so ein Induktions... Wohl, haben wir auch, gell? Aber das ist halt so... Nein, das ist einfach noch zerang. Das ist vor allen Dingen Induktionshochfeld. Weißt du, hast du immer mit der Hand drauf gepackt? War's warm? Weiß ich nicht. Das ist nicht so schnell, kann man bitte aller überfordert. Was? Nein! Irgendwas hatten wir nicht immer mit Induktion. Cheers, cheers. Funktioniert nur mit einem Magnet sozusagen oder irgendwie sowas. Wart ihr heute schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wohl. Ich war heute schon. Wir sind durch den Weihnachtsmarkt durchgefallen. Ja, es war schon belastend genug, es war viel zu voll. Wie du meinst, da guckt keiner zu oder was? Der auf dem Weihnachtsmarkt war? Ja. Wie ist das umgekehrt? Jeder der Zug geht doch nicht auf... Natürlich. Jeder Mensch geht auf Weihnachtsmärkte. Muss ja irgendwie sein Geld loswerden. So, jetzt macht man hier, drückt mal auf A. Drückt mal auf Start. Nochmal! Ich denke, ich spiele Sonic Scootern. Ne, ne, wir können das ganz... Ich hab das jetzt so angekündigt. Wir müssen das jetzt spielen, bis wir erbrechen. Wir müssen ja noch andere Dinge machen heute. Ja, stimmt. Ja, klar. Wir machen noch ein paar Runden. Ich bin Spieler 3 offensichtlich. Bist du? Okay, ich bin Spieler 1 endlich mal. Ich bin 2, wohin soll ich? Auch wie du willst. Ja, ich glaub Martin... Oh, ihr beide wieder oder was? Achso, ne, ich wollte zu Paul. Na, dann musst du nochmal zurückgehen. Der Paul geht zu dir. Ich bin jetzt rechts, so. Okay, gut, dann komm ich zu dir. Du fängst an übrigens. Irgendjemand hat wieder abgebrochen. Nein, das ist du, Paul. Stefan! Was, echt? Ja. Oh Gott. Das Menü ist so kompliziert. Ja, das ist glaub ich aber auch langsam. Sag mir, wenn du eingelaugt hast, sonst krieg ich's nicht mit. Und wir sitzen hier ewig... Ah, okay. So, wen hatten wir jetzt noch nicht? Den hatten wir schon? Den hatten wir schon hier? Den war erläutig. Den hatten wir noch nicht. Ich check bei dem Spiel. Stryker. Wie ich überhaupt Sachen mache. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so kompliziert, aber was zu tun jetzt? Ja, das ist doch viel einfacher als bei Super Street Fighter. Das ist nicht einfacher irgendwie. Echt? Nee, also bei Super Street Fighter, da kann ich immer nur die Basical Tracks, da funktioniert nichts anderes mehr. Bei mir funktioniert halt auch nichts mehr, bei euch auch nicht, deswegen ist es irgendwie einfacher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hörst du? Ah, du bist... Oh. Warte mal. Ich bin noch nicht eingewechselt, ne? Jetzt aber. Pass auf. Ja, perfekt eingewechselt, dass er die Kombo fahren kann. Oh geil. Hab ich gerade das selbe weggeboxt? Ah nee. Der andere sieht so aus wie ich. Ach so, ich bin der Linke. Was dann? Was war denn das bitteschön? Superschnelle Attacke vor allen Dingen auch. Der kommt aus der Ipa-Reihe. Da darf man nicht in die Welt eigentlich nehmen. Aus der Ipa-Reihe. Alter! Das war die letzte Reihe, wo auch Freddy Krüger drin ist. Ah, ich sehe jetzt gerade eigentlich erst, wer ich bin. Ich war der ganze Zeit, der hätte diese lustige Attacke gemacht. Ey klar, sag ich doch. Ah, jetzt schleim ich dich ein. Geil. Na cool. Mach's nochmal. Pfff. Mach's nochmal. Irgendwas einfacheres? Fuck. Schleim verwendet. Verschwendet auch noch. Gleis Grain und nicht Schleim. Na ja, dann ist es halt Wasser, aber für mich sah's aus wie Schleim und ist mir irgendwie selten flüssig. Nooo. Nein. Oh fuck. Hat er leider geschafft, freutig gekommen. Oh fuck. Ich versuche den noch fertig zu machen, weil ich glaube der ist gut. Ah die andere ist glaube ich noch besser. Schön auf mein Bein gebrochen. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut Paul. Sehr gut. mach weiter direkt rechtzeitig zum verlieren eingewechselt also diese Einwechselkonto mit dem Partner, den ich irgendwie mache, kostet auch ein bisschen besser echt, die verbraucht auch Sachen? ja aber nur wenn du den als Finisher einsetzt, glaub ich nur wenn quasi, wenn du erst xx und dann den Finisher einsetzt, also den Wechsel einsetzt alles voll gut für die Disse ah mir haben wir dieselben Kombo sag mal, wie kannst du schon so niedrig sein? du warst doch gerade erst frisch eingewechselt wie kannst du schon tot sein? oh ja, aber ich hab ja vorher einen Charakter fast fertig gemacht warte mal, das macht keine Logos das macht keine Logos das macht doch überhaupt kein Deutsch oh, wir haben die x-Attacke ja, aber du bist zu spät du bist schon tot du hast schon ein bisschen Blut auf dem Rücken warum machst du nichts? ja, weiß ich nicht okay, ich dachte kurz, ich wär dran ha 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 hä, ich checke überhaupt nicht, ehrlich gesagt warum nicht ich wechsel dich mal ein, okay? okay, tu's hä, ist... ah doch, ich bin der Links ich war gerade sehr verwirrt das ist lustig, aber Paul wird immer schlechter verwirrt man haben wir dann überhaupt die x-Attacke? oh das hab ich nämlich auch nicht gecheckt ich dachte nur, ich hab eine und hab was gedrückt das ist schon das richtige drücken ja ich wusste halt auch irgendwie zeitweise nicht mehr, wer ich bin überhaupt oh man die sehen sich aber auch sehr ähnlich irgendwie ey, dass du mich aus meiner Art abgeschrieben ja, ich sag ja wenn du die im richtigen Moment raushaust ist es voll mega ja schön übern rücken gespielt oh man manchmal läuft's und manchmal läuft's egal mhm schön ich weiß, jeder hat die Woche gegen mich hau dir gegen mich ja ja ich weiß ich hab's über Kontrolle was ich mache manchmal bist du gar nicht über Kontrolle ich glaub, wenn du halt einmal in die Ecke gedrängt wirst und irgendwie nur so abgeräumt wirst wie ich gerade mit dir mache dann ist es halt schwierig zurück zu kommen und nur mit dem Charakterwechsel geht's dann ne, aber der kann das nicht so geil wie der andere Typ ja eben, der macht so eine Konzentration die auch starten ja genau, das ist halt viel besser na komm, wir müssen ja irgendwie auch noch eine Comeback-Möglichkeit haben wie ich sie dafür betranken kann aber die oh fuck scheiße, du bist dran, du bist dran du musst sie fertig machen und sie hat eine X-Ware-Attack pass auf, ich springe am besten einfach die ganze Zeit nicht blocken, das bringt gegen X-Ware nix ja, so heißt die Attacke glaub ich ja, es ist zu spät ah ne, doch nicht oh Gott du brauchst dich doch noch mal ja, ich konnte es wirklich grad nicht auseinanderhalten ich wollte grad sagen, hä, oh Gott, ich hab grad den zum ersten Mal ja, 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 ja sorry, sorry, sorry du hast es perfekt gemacht bin ich links oder rechts? nein, ich mein von den Balken nein, du bist der Rechte ja, ich glaub da hab's euch mein X-Ray in die neue Welt nicht rübergefahren oh, oh oh in die neue Welt du bist so ein bisschen so ein kleiner so ein kleiner oh neiii, die Taschen landen ach, du brauchst das, ich dachte ich sprich schon Paul wird immer wachsen, aber ich kann gute Sachen machen vielleicht hast du auch die ganze Zeit die ganze Zeit gearbeitet, ich hab nicht Paul Schön absolviert! Du bist voll der Galileo Galilei! Du nimmst mit in eine neue Welt! Und halt voll der Montage! Hast du nicht weich? Achso, nein, es ist unheilig verstanden. Ne, Christopher Columbus, was soll ich sagen? Ich hab' einfach gar nicht zugehört, glaube ich. Ja, besser ist es. Ich hab' einen Seefahrer gesagt. Das macht aber auch Sinn. Mit 1000 Jahren soll es viele Piraten gegeben haben. Was war denn das? Du bist so kranig. Ich wechsle dich gleich ein? Ja, ich seh schon, ich bin am sterben. Gut, dass du mich einwechselst. Ey, ich hab's jetzt extra angekündigt. Ja, schön weggefetzt. Ja, jetzt ist die komische, wo ich so nach unten strahle, krieg ich überhaupt nichts. Was? Und das ist natürlich die Position. Nochmal, wir sind rechts, Paul, oder? Ne, jetzt sind wir rechts. Nein, ich mein' von den Balken. Ne, unten, glaub ich. Was? Du hast es geblockt? Ja, eben. Du spielst doch, Paul. Und ich hab grad eine Special- Ich weiß, dass ich spiele. Warum sagst du dann was? Du hast es geblockt. Nein, ich hatte die Special-Attack. Nein, ich hatte die Special-Attack. Nein, ich hatte die Special-Attack. Wer hat jetzt die volle grad gehabt? Ja, das... Ach was, echt? Warum ist das so verwirrend? Scheiße, ich dachte, ich bin vorbeigekommen. Du hast meine Special-Attack gedrückt und sagst, machst du das geblockt. Ey, warum bin ich tot? Da hab ich Paul ausgewechselt, weil ich tot war. Ich dachte, ich hab ihn eingewechselt, aber eigentlich bin ich tot. Oh Gott. Es ist wirklich das verwirrendste Spiel jemals. Ja, wenn wir auch... Es sind, glaube ich, nur noch Mann gegen Frau kämpfen. Das ist irgendwas so unterschiedliches. Ja, wir müssen den Geschlechterkampf nachspielen, auf jeden Fall. Oh Gott. Hilfe. Was ist denn ein Glühwein? Es gibt ja Glühwein. Ich kann nur warten, dass wir gar nicht fertig sind. Ne, ja, den kann ich unterscheiden. Der nehm ich mit großen Zähnen. Ich nehm nur was, was Sachen im Gesicht hat. Ja, ich nehm den, der so nix im Gesicht hat. Und... Ja, es geht. Ja. Weil davor waren zwei so dunkle Kämpfer. Das war Blödsinn. Ja. Du fängst, glaube ich, an. Obwohl lustig ist, dass mit dem Noob und dem Lila ein Outfit war verwirrnter als vor Sub Zero gegen Sub Zero. Nehmt ihr eigentlich diesen Knüppel oder diesen Kasten? Haben wir schon mal gefragt. Ich hab die Antwort gefragt. Du hast Knüppel... Du nimmst das Analogkreuz und... Alle anderen? Ne, ne. Du nimmst das Digital und ich hatte erst Analog genommen. Und nachdem du es dann gesagt hast, würde ich auch auf Digital gewechseln. Okay. Stefan, nehm ich nämlich dieses Kreuz. Ich nehm immer das Kreuz. Stefan soll ich dir erklären, was analog und digital ist? Übrigens, Stefan, viel wichtiger. Also wir wissen jetzt mittlerweile schon relativ gut über Herben und Rudelschen. Ja. Und Vögel sind ja generell Schwärme. Englisch Swarm. Und weißt du, es gibt nämlich einen Spezialbegriff, wo ich für Milchweine... Das ist übrigens falsch. Das heißt auf Englisch nicht Swarm, sondern Flock. Ja, du bist dry. Glaub ich. Ja, ne, du hast vollkommen recht. Also auf jeden Fall ein Special Word für Grähen. Weißt du, die Versammlung von Grähen heißt? Kleiner Tipps, nicht Grä oder Crowey. Wo Grows? Ähm... Hentai. Du hast dir überhaupt nicht zugehört. Das war einfach nur so... Das war mega winzig, was. Ja, so Hentai. Oh, warte mal. Kannst du mir nicht mal sagen, dass ich eingewechselt bin? Achso. By the way. Alle lachen, alle lachen. Martin spielt weiter. Natürlich. Ich hab einen schönen Weib eingeproschen. Und ich hab das eigentlich gemerkt. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Ich hab's nur gemerkt, weil mein Dings hat plötzlich migriert. Das bin ich eigentlich nicht geil. A murder of pros. Ja, a murder of pros. Apropos murder. Scheiße. Ich dachte schon wieder, dass ich die extra Attacke mache. Was soll? Ja, Genick gebrochen. Schön war's. Hattest du, weil Stefan nicht aufgepasst hat? Was? Ich hab voll aufgepasst. Ich bin halt gestorben. Du hast die aufgepasst. Das ist ne... Das ist ne coole Rolle. Ja, aber du hättest mir halt mal sagen können, dass ich gleich sterbe. Also, dass du gleich stirbst eigentlich. Guck mal hier, wie ich noch irgendwie ein paar Attacke machen kann. Obwohl ich schon tot bin eigentlich. Wie hast du eigentlich? Ich hab auch gar nichts gekonnt. Ich wette, so ein Pro... So ein Pro... E-Sport Mortal Kombat Spieler könnte jetzt noch gewinnen. Aber ich... Aber du könntest es noch gewinnen. Naja, aber nur gegen den... Oh... Selbst den... Selbst der hat mich noch ohne Gesundheit fertig gemacht. Da hab ich überhaupt keine Haut mehr aus dem Kopf. Ich muss halt... Ne, warte mal. Ich bin dran. Oh, alles gut. What the f... Jetzt muss ich? Jetzt war so ein Partnerwechsel. Ich empfange mich. Ja, das war halt aber nur, weil ich irgendwie mal kurz... Ja, aber jetzt bin ich halt am Arsch. Also jetzt musst du gar nichts mehr sagen hier von wegen Einwechslung. Was? Naja... Du hast mich reingewechselt und ich war mega in der Ecke und... Ja, sorry, aber das war ja nicht mit Absicht. Ich hab ja nur einfach alle Tasten gebasht. Ja. Aber dann kannst du es halt noch schlechter nicht vorwerfen, weil... Mächte abwürst du uns immer an. Ne, aber Stefan erkannt's ja voll. Oh fuck, das war ein Einwechsel von dir, ne? Ah, ich muss immer einfach mal gute Kombo drücken. Alter. Dann gewinn ich. Wechsle dich gleich wieder ein, weil ich bin gleich tot. Ja, sehr gut, tust. Dann haben wir noch eine kleine Chance. Ja, schön... Oh, Messer ins Bein, Messer in andere Beine. Schön, und jetzt auf den Kopf. Ja, klar. Schön hacken auf den Kopf. Hacken auf den Kopf. Oh shit. Man darf nicht nur einen Schlagen-Tasten kriegen. Man muss einfach... Hier auf dem Kombo mindestens immer zwei Tasten einmal drücken. Dann... Das Ding. Das ist auch sinnlos. Oh fuck. Das war nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, schön verschwendet. Ja, man muss echt mal dran dran. Also mittelnah. Ich müsste mir jetzt mal nach fünf Runden ausprobieren. Oh, ich muss mir danach unbedingt Nahaufnahmen von meinem Gesicht anzeigen, wie ich mein Gesicht verzerre dabei. Oh fuck. Das ist Frau eines jeden. Ich muss mir nach meinem Gesicht aus der Nähe anzeigen. Oh, wir sind übrigens fast tot. Scheiße. Du hast doch rechts. Ja, aber... Passt doch. Aber das heißt, der andere kann nicht. Nee, nicht so wisch. Ach der, der, dieser gelbe oder vermut? Oh, jetzt musst du dann loskommen. Das schaffen wir noch. Du hast selbst nicht dran geglaubt. Ich hab mein Glauben im Satz verloren. Viel schlimmer. Finisher. Finisher. Ach, das geht doch eh nicht hin. Mal versuchen das eigentlich. Schon resigniert. Man muss jetzt auch ganz unten stehen. Das ist voll nervig. So. Oh Gott. Ich mach einfach mal... Gott. Ich mach einfach mal unten, oben, unten, unten. Ah. Oben, unten, 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 ah. Ja. Ja. Hast du schön gezaubert. Ja, hat's ganz gerade gefallen. Wow. Gut. Aber irgendwie so richtig sehen wir keine Sonne gerade, ne? Mal scheiße sein. Ja, aber ich hab... Also, du hast halt gespielt wie immer, so okay, gut. So brauchbar. Und ich hab halt einfach nicht schlecht gespielt. Du meinst abachtig. 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 Falsch. Abachtig. Vergiss es. Das wird sich nicht übers Internet epablieren. Vergiss es. Vergiss es. Das wird sich nicht übers Internet epablieren. Das wird sich nicht übers Internet epablieren. Vergiss es. Die Leute werden verstehen, die es richtig betonen. Keiner sagt abartig. Doch, doch. Stimmt schon. Hatten wir irgendeinen Charakter noch nicht eigentlich? Nehm mal hier die beiden. Mädels. Die hatten wir schon... Also, weil Sonja Played hat mich und Jade auch. Ich glaub Sonja Played war richtig bespult. Die hatten wir, glaub ich, zum Beispiel noch nicht. Fang ich an? Ne, du fängst an. Ja super, jetzt sind wir wieder alle braun und keiner kann es auseinander haben. Doch, Stefan ist ein Mann. Mit langen Haaren. Ja, sehr gut. Und eine Maske. Ja, ja. Und Brüsten. Und warum liegt hier Stroh? Ich denke, wir müssen das die schwersten Weg sehen. Ich glaub, dass dort unten eine Oberkörbe aufgeschreitzt und Unterkörbe aufgeschreitzt wird. Wo es gibt Schmuck, es gibt Feuer. Oh, du warst noch übelst die Introduction am Anfang. Boah, krass, wie übelst du dich in die Luft glitten? Begleitet? Glitten? Begleitet, was das ist. Was hat es heute so stark? Ihr kommt doch so eine coole Beine, Stefan. Gegen den Spiel ich eigentlich gerade. Also ich weiß, der Sting, aber gegen den Spiel ich von euch beiden? Äh, Stefan. Du hast doch gesehen, das war nicht passiert bisher. Oh, oh, alter. Sonja Blade, die hat es wirklich drauf. Einfach mal so eine Schere gemacht. Oh, ein Hammer, die ist gut. Die sieht jetzt nicht so aus, als wenn die plötzlich so... Hä, was soll? ...kuss geblasen. So kannst du dich auch nicht machen. Hä? Psychologisch. Ja, aber ich meine, das dauert halt, du nimmst ja trotzdem ein bisschen Schaden. Cool. Ja, klar. Dieser Boden, der ist voll hinbar. Zack, tot. Na, hab ich aber nichts gemacht, wieder mal. Yes, yes! Jedes Mal die selbe Scheiße. Man denkt... Man setzt es klug ein und man setzt es voll von den Arsch ein. Oh, geh weg. Ich bin schonmal wieder sehr ähnlich. Ja, klar. Weil du auch die ganzen Frauen nehmen musst. Es gibt... Ja, es gibt... Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab mir einfach gedacht, dass die zwei Frauen sind und zwei Kerl und wir können uns unterscheiden. Oh, fuck. Oh. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin tot. Nee, noch nicht. Ich bin tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie auch sonst. Oh, ich spiel noch. Sorry. Sorry, dass... Oh, Gott. Sorry, dass ich scheiße bin. Ja, sorry, dass ich verliere. Oh, sorry. Ich hätte das sagen sollen. Ich wollte... Der Controller lag an meinem Penis. Ich hab überlegt, ob ich ihn aufhebe. Ja, ich will nicht greifen. Oh, nee. Schwert. Oh. Stefan, endlich bringt es mal was, dass du so laut sprichst. Du bist auf dem Scream. Man hört dich besser auf dem Scream. Hä? Stefan sprich laut? Ja. Was? War das gar der Ernst? Ja. Ich meine, seitdem von unserer Wohnung seit neuestem die Geräuschkulisse etwas zugenommen hat, ist das sowieso so schwierig. Nee, sorry, aber die Kulisse hat nicht zugenommen. Es hat einfach nur zugenommen die Anzahl der Wörter pro Minute. Pass auf! Springe! Ja. Ja, es war klar, dass es passiert. Natürlich. Früher oder später passiert es immer. Geil, wie hab ich denn das jetzt alles gemacht? Fuck! Fuck! Ja! Mehrfach zum Kotzen. Ich wollte doch mal gucken. Nein! Auch im richtigen Moment gesprungen, kann ich wahr sein. Ich hätt's eigentlich auf die nächste Runde mitnehmen müssen. Nee. Hä, wieso keine nächste Runde? Du hast gewonnen, ja. Du hast gewonnen, ja. Eins, zwei, eins. Wir haben noch ein Comeback-Chance. Soll ich's machen oder willst du probieren? Ja, mach du. Ja. Und ich mach dann. Ich gewinn dann. Das kann man einfach ganz offen aneinander drücken. Alter, das ist mega stark aus. Ja, ich konnte halt überhaupt nichts machen. Ja, ich versteh's auch nicht. Das hat aber krass viel gerade abgespielt. Ja, klar. Wenn sie einfach immer dieselbe Attacke gemacht hat. Alter! Mann, das hat richtig viel abgezogen. Fünfmal hintereinander 60% abgezogen. Ja, genau. What? 100% Schaden. Hast du gleich das nächste Spiel automatisch mit verloren? Aggregiert 60% abgezogen. Sechsmal hintereinander und insgesamt 60% ab. Oh Gott, aggregiert. Jetzt kommt wieder die BWLer. Was? Was? Ich bin schon wieder überhaupt nicht aware, dass ich spiele. Ich dachte, Paul spielt. Ja, aber ich bin ja eben gestorben. Sorry, das hätt ich vielleicht irgendwie beibringen müssen. Der Tod kam mir auch zu plötzlich. Hilfe. Kann ich ganz gut noch für mich aussehen, ha? Bin ich drin? Nee. Bin schon tot, ha? Nee, ich bin noch drin, glaube ich. Ich bin drin, ich spiele. Achso, stimmt. Wir haben ja die letzte Runde und du hast noch nichts vergessen. Ich kann nicht greifen, diese blöden. Jetzt raus aus der Ecke. Ja, das hast du auch nicht geschafft, nein. In dieser Attanke. In dieser Attanke. In dieser Attanke. Attanke. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist der Attanke. Da ist der Unten und links. Der Unten und links. Jetzt bist du auf jeden Fall auf. Das ist wenn du mega besoffen in die Tankstelle fährst um dir Schokoriegel zu klauen. Was ist denn ein Attanke? Das macht überhaupt nicht Sinn. Warum? Ich hab gewonnen. Aber wir waren noch nicht komplett tot oder was? Wir waren wieder rechts! Warum macht ihr jetzt ein Rematch? Achso. Also ich will nochmal Sonja Blät nehmen, das ist ja gut. Oh Gott. Wir haben null Chance. Klar, warte mal bis ich auftritt. Was, die A-Tanke? Oh, den hat man nicht mit... Ach doch, das war die schlechte. Ja. Hm, Kenshi. Den fand ich nicht so gut. Hm. Ich glaub, bei mir macht das ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ja klar, nimm Freddy Krüger. Hm. Wir müssen ne Chance haben. Ah, da hat Sonja bestimmt voll Angst vor dem. Hm, ich glaub, es ist noch die Tante mit den Haaren. Die hat auch keine Pupillen, ich kann ihn gar nicht sehen. Und meiner ist auch blind. Ja, das ist муж, da ist. Ich' keinem anchor. Ich kann ihn einfach nur so nebenher stehen, mit dem Stochern. Mit dem Stochern, mit dem Stochern. Natürlich, unser Schritt natürlich als erster A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. so wie ich gerade noch warum stochert er in die andere richtung es ist doch wahnsinn vor allem die zieht richtig viel ab wir haben jetzt manchmal etwas angriffen zu boxen vielleicht gehe ich wieder in den kicken oh f**k jetzt mach ich einfach das hier oh Gott was zur Hölle aber guck mal wie ich noch stehe nach der Öffnung oh voll gut Stefan gerne noch mal knacken das war echt zu easy ja ich bin gerade sehr beflügelt zieh die Flügel rupfe ich dir aus du wie bei einem Murder of Crows mhm was ist zur Hölle sag mir bitte wenn ich herankomme ja jetzt wir gehen jetzt gut dass du es vorher angekündigt hast oh Gott cool was war denn das oh das war ein gut getimeter Schlag oh f**k das auch nein ja ich schon wieder oh f**k jetzt hast du irgendwas raus ja du musst immer 5 mal machen danach habe ich wieder vergessen wie automatisch ich bin voll der faire Spieler ich vergesse nach 3 mal attack du bist dran sorry ich werde schniedern ja Mann das kann doch nicht wahr sein ja ich glaube das ist so was ich habe auch nichts gedrückt oh Gott das ist blöd ja nochmal schön Herz rausgerissen Gesicht zertrummert aber bringt ja trotzdem dich ich meine ich bin ja tot und du hast die Imbertante was macht denn einer jetzt du kannst dich gerade übelst aufgeladen oh ich bleib immer mit meiner Kralle im Boden scheiße nicht mit dem Haar gekriegen oh f**k ja das sorry aber die Sonya Blade ist einfach so was von unschlagbar das ist ja null Chance wenn ich jetzt erstmal auf Toilette gehen hey guck einfach mal unten 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 oben was ich auch bei Planet Team und das ist halt irgendwie irgend so ein Finishing Move halt ja hast du gut gemacht ja wunderbar ich habe kurzfarbig geleuchtet ich hätte es vielleicht beim ersten Mal schon machen müssen da wäre ja genügend Zeit gewesen keine Ahnung irgendwie klappen die es ist eigentlich noch mehr wo es her kam ich meine ja ne 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 es ist noch mehr ich möchte keinen mehr aber ich habe noch ich habe noch ich bin gut nimm doch einfach gar nicht passend drück auf den Controller ok warte mal die hatten wir noch nicht oder? Scarlet keine Ahnung oh ja spiel man nun ja der ist zwar gut aber ich kann da nix ich glaube ich halt mit ich bin also bei dem ist zum Beispiel links rechts rot oder sowas gut da macht er nämlich diese Attacke wo er von der anderen Seite kommt aber ich glaube ich bin dann in der Zeit echt krass schlechter geworden oder Martin ist krass besser geworden ja das ist halt cool wenn du so eine Kombo einmal raus hast dann klappt sie halt halbwegs zuverlässig wie du siehst und diese Attacke ist halt auch so geil weil der andere muss halt genau im richtigen Moment links äh so halt sich umdrehen du siehst du siehst ich versuche noch nicht mehr zu machen ich bin noch was anderes ich bin noch was anderes aber ich von mir klappt überhaupt nicht ich hab links rechts rot 1000 mal gedrückt probier mal andere Dinger sonst aus boah ich hab auch keinen Bock ich glaub ja da bin ich jetzt irgendwie ausgewichen versuch mal versuch mal irgendwie das untere das das digital quatsch halt auch digital quatsch zu nehmen ja dann werd ich ja noch schlechten nee nee weil der Witz ist quasi da kannst du die genauer ausführen weil du willst ja immer genau links rechts haben und du machst jetzt auch häufig so eine Sache nach oben ja aber ich hab grad 30 mal hintereinander links rechts rot gedrückt na probier aber mal andere Kombis aus ja jetzt hast du nämlich seinen Kollegen hier und alles verpülen ok wie verstehe ich diesen Pfeil oh fuck shit das macht nicht so viel Schaden aber da hast du es mal kurz rausgenommen und wirst komplett ja ja Handkant in die Nase und Schuh in den Schädel ok ich versuch halt irgendwie irgendwas so lustige Kombis herauszufinden aber dann machst du sowas oh Gott achso gehen wir jetzt eigentlich ins Nightkeeper oder nacht? ja was bin ich dagegen? also ich bin dafür nochmal richtig richtig Fatalität ob sie heute auch wieder eine Ausrede haben warum sie irgendwie um drei Feierabend machen? oh shit oh shit unhilft was so unnötlich ich kann auch leider feiern oh SlimDirk SlimDirk ist ein treuer Zuschauer oh hey SlimDirk danke fürs Zuschauen wir haben einen treuen Zuschauer der die ganze Zeit da ist oh oh SlimDirk das ist wie ein normaler Dirk nur dünn ok oh das war aber nochmal knapp jetzt zum Schluss ja weil du weggeschaut hast ich hab da drüben hingeschaut das war ja auch ein Bildschirm make it rain ne viel zu kompliziert oh Gott alle sind kompliziert rechts links rechts x Gl-echn-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz-echnz Gott! Alles funktioniert wunderbar! Gott! Da merkt man, dass er es nicht wirklich kann! Ja! Na ohne Scheiss! Die Stage-Fatalities oder, beziehungsweise die Fatalities generell finde ich total schwer! Ist das genau klein, unser Stream? Ja! Day9 ist gerade online gegangen.. So, das ist 11.11 Uhr. Wapps trinken. Wir haben keinen Schnappsaft, ich hab mal einen Kronen. Okay. Das war wirklich ein guter Schluck. Also genüsslich so. Ich nehm auch mal einen Schluck Stern, die ist immer gut. Der kann sich mal nicht von meinem Bier bringen, was eigentlich geht. Ah, so ne, das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Ah ne, warum spielen wir eigentlich so zwei? Das macht ja keinen Sinn. Ne, mach doch ruhig, passt schon. Okay, mach ruhig, du. Weg los. Dann muss ich eigentlich auch hier ein paar Sachen aufkriegen. Ein bisschen aus dem Bild rein, meinst du hier? Ja, klar. Ey, du kennst das auch? Warum kennt das jeder? Das war einfach Fremdleger. Ja, aber ich wusste nicht, dass jeder so Fremdleger oder sowas guckt. Ja, manchmal guckt man auch Fremdleger. Ist das so, dass das Laufen gucken oder was? Aber du hast es schon ewig... Was macht meiner immer? Sorry, aber diese eine Übung, was soll das? Scheiße, scheiße. Und du hast noch die X-ray-Attacke, willst du mich verarschen? Jetzt nicht so, als ob ich mit dem Fahrrad die Kitterkartengruppe reinfahren würde. Und eine Ampel, die ich ganz sehen kann, dann kann ich ja auch schon mal eins anziehen. Das ist meine Entscheidung. Nein! Nein! Oh! Abgewehrt! Fuck! Aber... Jetzt muss ich immer rauskommen aus dem Dreck. Der ist irgendwie auch so stark. Ja! Ich weiß nicht, irgendwie... Ich... Ich glaube... Aber ich glaube, ich bin doch irgendwie schlechter geworden mit der Zeit... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, diese sinnlose Attacke, die eine ewig, ewig, megalange Animation hat und dann nichts macht. So, die Attacke sind nämlich die effektivsten. Und die. Aber einfach so, zack. Ja, einfach aus der Luft gedroht. Oh, oh, oh. Komm, jetzt bin ich enhanced. Aber guck mal hier! 100.000 Keiner! Naja, ein bisschen was macht, schau. Ja, neun Prozent. Das ist schon voll dran. Blöd ist. Ja. Und halt gleich viel, wie so'n Kick. Oh shit! Oh shit! Oh, voll gut geblockt! Scheiße! Das ist echt die beste Zeit! Ich hab zweimal gut geblockt und dann kommt sowas. Achso, finde ich den. Ich späle jetzt schon. Ja, wahrscheinlich. Wieso läuft die Zeit, während ich im 2.000-Modus bin? Oh, guck mal, ich kann einfach unten oben... Was sind RCs? Schurte-Taste oder normale... Welche Taste? Ähm... Ja, C? Ist... Trigger, glaub ich. Ja, ist doch gut. Sah aber cool aus. War aber ne normale Attacke quasi. In dem Sinn. Und ich bin auch gestorben. Er löst sich jetzt am Ende selbst auf. Das passt schon. Haben wir auch schon mal machen lassen, was man machen kann. Naja, klar. So, gab's jetzt eigentlich noch Glühwein? Ja, es gibt noch Glühwein. Oder was ist jetzt überhaupt Phase? Wollen wir jetzt langsam packen oder was? Ja, wir können doch noch eins machen. Na gut dann. Und dann Card on Fire und dann könnten wir langsam mal packen. Na dann, auf geht's. Wir müssen ja nochmal zudieren. Zudieren eigentlich? Fuck, ich wollte den nicht nehmen übrigens. Ich weiß aber doch gar nicht genau, ob ich weggehe. Hä, was wie... Äh, natürlich gehst du mit. Natürlich gehst du mit. Keine Frage. Morgen wollen wir ja eigentlich feiern. Ne. Ist das jetzt irgendwie ein Grund, heute nicht zu feiern? Ich traue das gerade im Influss-Modus. Ja, irgendwie schon. Weil du ganz unglücklich hast ja gestern nicht mehr wieder gewinnen. Wir waren am Mittwoch, weil gestern... Ich traue da zu viel Energie. War das gestern, wo ich unruhig war? Die Krabbelchips. die saugen! Die geben mir die Energie! Saugen die Feuchtigkeit aus dem Mund, aber geben die Energie! Oh shit, hätt' ich ja auch Sonja nehmen können wenn du Sektor... ... und Sektor nimmst. Übrigens, ähm... Ich wollte, ähm... Ich wollte dir zum Wichteln, als Geschenk wenn Feuchtigkeit Messgerät für den Mund, ähm... besorgt. Weiß denn? Ich hab' nichts bekommen oder? Ich hab' alles... Ich hab' das Wichteln schon noch nicht verstanden. Aber ich habe das Prinzip des Teleportierens verstanden. Oh shit. Ja, der kann es, der hat es. Warte mal, ich kann fliegen. Ich bin verdammt nochmal Iron Man. Warum hat er schon nicht diese Spezialattacken gemacht? Geil, wie du noch in die Richtung schaust und trotzdem nichts machen kannst. Oh Gott, shit. Aber so ein bisschen anstrengend muss ich mich, glaube ich, trotzdem. Ja, eben. Also ich glaube halt nicht, dass es irgendjemand einen Imba gibt oder sowas. Von dem habe ich schon mal die Fatality hingekriegt. Komm. Jetzt hier zum Abschluss. Scarecrow. Unten, unten, links, rechts, blau. Unten, unten, links, rechts, blau. Alter, ich habe es hingekriegt. Zum Abschluss. Stark. Finale. Scarecrow. Scarecrow. Auch eine der geilsten Animationen, eine der geilsten F-Fatalities. Schwupp. Einfach mal alle Extremitäten in alle Richtungen verteilt. Und das ist das perfekte Ende für den Stream. Das war die erste Sendung Couch Control mit Mortal Kombat und Martin und Stefan. Und eine Ahnung, ob Sky war, das werden wir dann nachsehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Geht morgen wieder online. Vermutlich mit Heroes of the Storm. Bis dann.